Moin Leute PyrosID hier mit einem neuen Video zur Fortnite Crew in dem ich euch zeige wie ihr das Abo auf dem PC, bei GeForce Now, auf der Xbox, der Playstation, der Switch, auf euren mobilen Samsung Geräten und auf Android kündigt. Nicht vergessen Leute wenn euch das Video gefällt dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr neu da seid dann lasst gerne ein kostenloses Abo da, das würde mich sehr sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt dann einfach in die Kommentare damit. Solltet ihr generell an Infos zu Fortnite interessiert sein dann folgt mir gerne auch auf Twitter. Da poste ich aktuell täglich den Item Shop, RDW, V-Bucks Mission, News und Leaks zu Fortnite. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Einmal vorweg, ich gehe hier nicht generell auf das Fortnite Crew Abo ein, sondern ich erkläre nur wie man das Abo kündigt. Wer Basis Infos zum Inhalt braucht und vorgerechnet haben möchte, ob sich das ganze lohnt, der kann jetzt oben rechts auf das i oder auf den Link in der Beschreibung klicken. Denn dazu habe ich bereits ein anderes Video gemacht. Aber gut, kommen wir zum Thema des Videos. Eigentlich dachte ich ja, dass es super easy ist das Crew Abo zu kündigen, denn ich spiele überwiegend auf dem PC und da ist es in der Tat super easy. Aber nachdem ich jetzt doch mehrfach danach gefragt wurde, wie man das Abo kündigt, habe ich etwas recherchiert und bemerkt, dass es doch nicht überall so easy ist wie auf dem PC. Daher gehe ich jetzt mit euch Schritt für Schritt den Kündigungsprozess auf den eben genannten Plattformen durch. Wichtig, eine Sache die für alle Plattformen gilt ist, dass ihr das Abo auf der Plattform kündigen müsst, auf der ihr es abgeschlossen habt. Ihr könnt jetzt zum Beispiel nicht auf der Playstation das Crew Abo abschließen und dann auf dem PC kündigen. Okay, dann beginnen wir mal mit dem PC und GeForce Now. Da ihr über GeForce Now die PC Version von Fortnite streamt, funktioniert die Kündigung hier gleich. Als erstes müsst ihr zum Crew Abo. Das findet ihr entweder im Battle Pass Menü oder im Item Shop. Hier dann einmal auf Kündigungsinformationen gehen und auf Fortnite Crew verlassen klicken. Das war's. Ihr müsst mit der Kündigung nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt warten, um das Maximum aus dem Abo zu holen. Das Abo bleibt auch nach der Kündigung aktiv, es wird nun nicht mehr verlängert. Ich bin jetzt zum Beispiel noch bis zum 28. Februar aktives Crewmitglied, obwohl ich jetzt gekündigt habe. Das könnt ihr rechts im Bild sehen. Ich denke das war alles Wichtige. Weiter geht's. Da ich nicht alle Geräte besitze auf denen Fortnite läuft, schauen wir uns jetzt einmal die offizielle Seite von Epic Games an. Dort ist, wie ich finde, sehr gut erklärt, wie man das Crew Abo kündigt. Meine Angaben sind hier natürlich ohne Gewehr und ich habe die folgenden Methoden auch nicht getestet. Da die Quelle hier aber Epic Games selber ist, sollte das so stimmen. Den Link zur Seite findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Dann schauen wir uns mal an, wie man das Crew Abo auf der Xbox kündigt. Hierfür müsst ihr auf account.microsoft.com.account gehen, euch mit eurem Microsoft Konto anmelden, oben auf der Seite Dienst und Abonnements auswählen. Dann neben dem entsprechenden Abonnement verwalten auswählen und dann müsst ihr ganz rechts auf kündigen gehen. Anschließend einfach den Anweisungen folgen. Wichtig, ihr habt zwei Möglichkeiten euer Xbox Abo für die Fortnite Crew über Microsoft anzupassen. Einmal könnt ihr über euer Konto wiederkehrende Abrechnung deaktivieren. Macht ihr das, dann wird einfach in Zukunft nicht mehr abgebucht und ihr könnt eure Crewsachen behalten. Alternativ kann man wohl auch jetzt Kündigen und Rückerstattung erhalten auswählen, bzw. man kann sich an den Microsoft Support wenden und eine Rückerstattung des Fortnite Crewkaufs in voller Höhe anfordern. Sollte das gewährt werden, verliert man alle Crewanhalte einschließlich der 1000 V-Bucks oder der damit gekauften Gegenstände. Nur den Battle Pass behält man, die Kosten für diesen werden einem aber vom Guthaben abgezogen. Es ist so auch möglich, dass das Guthaben im Minus landet. Wenn ihr also eure Crewsachen behalten wollt und nur das Abo nicht weiter bezahlen möchtet, dann wählt wiederkehrende Abrechnung deaktivieren aus. Weiter geht's mit der Kündigung des Crewabos auf der Playstation. Hier müsst ihr store.playstation.com besuchen, euch mit eurem Playstation Network Konto anmelden, die Abonnementverwaltung auswählen und die Option automatische Verlängerung deaktivieren. Ok, kommen wir zu Nintendo Switch und wie man das Abo hier kündigt. Hier müsst ihr auf den Home Knopf euren Nintendo Switch drücken, den Nintendo eShop öffnen, rechts oben das Kontosymbol auswählen, Abonnements auswählen, dann euer Fortnite Crewabonnement auswählen und die Option automatische Verlängerung deaktivieren. Anschließend einfach den Anweisungen folgen. Weiter geht es mit der Kündigung des Crewabos auf mobilen Samsung Geräten. Hier müsst ihr den Galaxy Store auswählen, dort das Menü öffnen, dann Abonnements auswählen und Fortnite aus der Appliste auswählen. Hier dann auf Kündigen tippen. Last but not least kommen wir zur Kündigung des Crewabos auf Android Geräten. Hier steht jetzt Epic, weil man das Abo auf Android Geräten über den Epic Account kündigt. So kann man das auch für den PC kündigen. Für den PC habe ich euch aber ja schon eine, in meinen Augen, einfachere Variante gezeigt. Daher würde ich diese Variante für den PC vernachlässigen. Ob die zuerst gezeigte PC Variante auch für Android funktioniert, weiß ich nicht. Daher gehen wir zur Sicherheit noch einmal diese Variante hier durch. Um euer Fortnite Crewabos über Android bzw. euren Epic Account zu kündigen, müsst ihr auf www.epicgames.com.de gehen. Dort meldet ihr euch mit eurem Epic Games Konto an. Wählt Abonnements, klickt im Abonnement Reiter rechts oben auf das Zahnrad Symbol, wählt Abonnement Kündigen und befolgt die Anweisung. Okay Leute, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Sollte es noch weitere Plattformen geben, auf denen Fortnite läuft, dann habe ich keine Ahnung, wie man dort kündigt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft weitere Videos von mir zu Fortnite sehen wollt, dann lasst wie gesagt gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, ihr kennt das Spielchen. Vielen Dank für euren Support!